Na nein, 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 nein. Das ist dein McHara. Ha ha ha. Also hier ist ein Hitlerzimmer, kommt ja noch ein bisschen rüber. Es ist so glömend, dass sie nur ist, am neuen Tag. Das ist zwar verstanden, bei allen oder anderen, wenn sie sehen, wenn alle Menschen sind. Das ist im Moment nur so, dass die Manna sich da hinaufbegibt. Und nur der Akim im Moment im Standort ist da hinaufgegeben. Und die anderen schaffen es auch nicht. Ja. Der Akim ist sehr eng. Das war leicht. Und das ist ihre große Chance, Da sind trotzdem weiße Digger, wenn man sie im Moment an der Straße Pampa verkaufen dürfen, weil sie voll Apparenz sind. Die Mama kommt mit Bosch durch. So, ich darf dir kurz vorstellen.